Hallo und herzlich willkommen zum ersten Erklärvideo von Nepos. Ich bin Sven und möchte Ihnen heute zeigen, welche Geräte Sie nutzen können, um unsere Nepos-Plattform bestmöglich nutzen zu können. Darüber hinaus möchte ich Ihnen zeigen, welche Voraussetzungen diese Geräte erfüllen müssen, um unsere Plattform störungsfrei anzeigen zu können. Die Frage ist also, welche Geräteklassen gibt es denn eigentlich und wodurch unterscheiden sie sich? Im Grunde können wir im Wesentlichen drei Geräteklassen voneinander unterscheiden. Das sind zum einen die Desktop-PCs, welche auch als Arbeitsplatzcomputer bezeichnet werden. Laptops dagegen sind mobile Computer, die über eine eigene Stromversorgung verfügen und daher als mobile Computer bezeichnet werden können. Tablets dagegen unterscheiden sich von Computern in erster Linie dadurch, dass sie keine eigene Tastatur besitzen und alle Eingaben über das berührungsempfindliche Display erfolgen. Betrieben werden diese Geräte von Betriebssystemen. Zur Erklärung, ein Betriebssystem übermittelt Informationen zwischen den Bauteilen des Computers oder des Tablets und den jeweilig genutzten Programmen. Sie haben zum Beispiel ein Programm, das Musik abspielt. Das Betriebssystem gibt den Lautsprechern vom Computer nach ihrem Befehl oder Eingabe die Informationen, wie und über welches Programm die Musik abgespielt werden soll. Für die Nutzung unserer NEPOS-Plattform jedoch spielt es keine Rolle, für welches dieser Betriebssysteme sie sich entscheiden. Sie ist für alle Betriebssysteme und Oberflächen geeignet und optimiert. Sie haben hier also die freie Auswahl. Damit haben wir schon das Wesentliche bezogen auf die Geräteklassen und die verschiedenen Betriebssysteme besprochen. Kommen wir am nächsten Schritt dazu, welche Voraussetzungen diese Geräteklassen mindestens erfüllen müssen, um unsere NEPOS-Plattform aufrufen zu können. Die einzige Voraussetzung, welche die genutzten Geräte aufweisen sollten, ist die Displaygröße. Hier sollten wir die 10-Zoll-Grenze nicht unterschreiben. Dies, weil unsere NEPOS-Plattform entsprechend für diese Displaygröße optimiert wurde und am besten nutzbar wird. Kleine Bildschirme, wie beispielsweise bei Smartphones, können unsere Oberfläche zwar auch anzeigen, aber die Benutzung ist hier deutlich erschwert, weil Sie die kleiner angezeigten Symbole und Eingabetastenschicht schwer erkennen können. Das war unser erstes NEPOS-Erklärvideo zum Thema Gerätetypen, Betriebssysteme und Gerätevoraussetzungen. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und Sie begleiten uns auch in unseren kommenden NEPOS-Erklärvideos mit den Themen Browser und Ihre Voraussetzungen. Bis zum nächsten Mal.